Ja, einen wunderschönen guten Tag, willkommen zurück zu meiner weiteren Folge Rapidly Granite. Ich komme gerade ganz frisch aus einer 3-Stunden-Aufnahme-Session, gerade die Mütze abgenommen, meine Haare sehen aus wie der letzte Scheiß. Ich muss duschen gehen, weil ich schwitze, ich, keine Ahnung, Leute, diese Runde, ich habe noch ein paar Runden auf Lager eigentlich, die ich ganz gerne davor noch hochladen wollte, weil ich mein Auto eben auch geändert habe und so ein bisschen die Farben und so. Ich möchte aber jetzt diese Folge von gerade eben für euch hier einmal bringen, weil das war eine unfassbar geile Aufnahme. Unfassbar krank. Ja, gerne angucken und mein Auto ist eben so ein bisschen anders. Ich werde dann in den nächsten paar Tagen oder so in einem anderen Video dann von vor ein, zwei Wochen euch nochmal das alles sagen, aber ich möchte die Folge eben vorziehen. Lasst einen Daumen nach oben da, schreibt mir Feedback in die Kommentare. Nächste Woche ist meine Streaming-Woche, Leute, nicht verpassen und dann sehen wir uns und jetzt viel Spaß. Bevor das Video jetzt losgeht, hier ein kurzer Hinweis zu meinem Partner. Bei AOR kannst du Credits, Blueprints und Items extrem günstig kaufen. Und mit dem Gutschein-Code NERD sparst du nochmal 3% auf deinen Einkauf. Der Link ist in der Videobeschreibung, check den gerne mal ab. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Leitens Willkommen zu meiner Aufnahme-Session in meinem Rocket League T-Shirt. So einfach kann es gehen. Jetzt haben wir hier wirklich alles am Start. Ja, pass auf. Der T-Shirt, den Nekor, den Skill, ja gut, den Ball halt von dem Typen. Ah, ich mach kurz weiter. Ja, mach mal hoch. Schön. Ah. Mach mal. Okay, nice one. Schön gemacht. Eins, zu. Nö. Schön. Nice, nice. Ah, fast drinnen von dir. Ja, ich wollte es versuchen. Ich wusste nicht, ob du da noch drankommst. Ja. Ich bin einfach mal draufgegangen. Missed the Flick and then that. Ja. Okay. Love this Elo. Okay, ich weiß nicht, der mag die Elo anscheinend nicht. Hab ich den nochmal? Ist heiß für dich. Ist mehr als heiß. Kann ich nicht. Ah, schade. Ah, ich geh ins Tor erstmal. Ja, der kommt auch direkt zu dir. Jo. Da wollte ich mich rammen, ja. Ich bin Tor. Hast du noch geschafft? Ist easy. Keiner? Einmal nach vorne hauen. Ah, nicht gut, sorry. Aber alles noch grünen Bereich. Oh, er braucht den Ball nicht. Ja, toll. Ah, man. Schade. Ah, wenn man das weiß, ne. Da antizipiert man schon, dass er den Ball nochmal berührt. Und man extra deswegen schon mal die andere Richtung eingeht. Ah, man darf sie einfach nicht irritieren lassen. Das ist ganz wichtig. Aber es ist auch schwierig, das nicht zu tun. Schön. Zerstöre ihn, Tor. Ah, nicht geschafft. Ah, schade. Nice, schade. So, ich bin jetzt auch mal wieder am Start. Ein bisschen länger gebraucht. So ein Fußhund, aber er will mich zerstören bei hinten. Oh. Bei hinten. Nice one. Oh, der ist gut. Oh, der ist drin. Nice, nice. So gespannt auf die Flugbahn geachtet. So, oh, was passiert das hier mit dem Ball? So, komm, der lag nicht so runter. Geht der Light, geht der Light. Oh, ich hab mir übrigens extrem hart auf die Lippe gebissen. Vor fünf Tagen. Oh, das tut immer noch weh, ey. Also so innen in der Lippe, ey. Oh, das ist unfassbar schmerzhaft. Wie hast du das geschafft? Oh, ich weiß es, Leute. Ich weiß es nicht. Einfach beim Essen so auf die Lippe gebissen innen. Der war von der Waldenpick. Pass auf. Ah. Ja. Wolltest du mal probieren, oder wie? Ja. Hab ich? Oh, sorry. Oh, sorry. Alles gut. In der Mitte. Ah, schade. Ah, ich trink's nie beide hier aus. Schade, ey. Oh, nee. Nächste dahin. Okay. Nice one, nice one, nice one. Nice one. Ah, komm ich leider nicht dran. Oh, hier nochmal. Nice. Oh, pass auf. Alles gut, hab ich nochmal gleich. Okay, ich bin Mitte. Ah, schade. Ja, schade, das sind gefährliche Dinge, aber ist... Ja, den hab ich hoffentlich. Natürlich. Ja, es ist natürlich... Ah, einen hab ich weggerammt. Es ist kritisch. Lass er verliegen. Was will er da machen, ey? Da geht er auf den Ball, typi. Der andere war aber ganz woanders. Kein Boost. Okay. Hier ist nur nix pro Boost, ey. Jetzt hab ich Boost, alles gut. Oh, okay, uh. Lulala, es war doch knapper als gedacht, dann. Pass auf. Ja. Mist, deiner. Na, uh. Ja, ach so easy. Alles gut. Ich geh. Okay. In der Mitte. Oh, nice. Wunderbar. Ah, genau so muss es sein. Flügel, Flanke, Rhein und Tor. Erstes Spiel sollten wir eigentlich gewinnen, Leute. Sieht ganz gut aus. Bin mal gespannt, ob es dabei auch bleiben wird. Bei so einem leckeren 3 zu 1 am Anfang. Okay. Ich bin nicht. Ich spiele ihn dir auf. Okay, ja gut, dann nicht. Ich konnte gerade... Okay, es war gerade strange. Erstes Spiel gewonnen. Gleich sehen wir uns wieder. Leute, aufgepasst. Ich habe meine Streaming-Woche um eine Woche verschoben. Und zwar ist die nun safe vom 24.02. bis zum 1.03. Täglich ab 18 Uhr. Wir spielen zuerst zwei Stunden Rocket League und entspannen uns dann mit dem Horrorspiel Song of Horror. Link zu meinem Kanal in der Videobeschreibung. Folgt ihm jetzt schon mal gerne und ich freue mich auf euch. Und damit willkommen zurück. Ich glaube, die haben sogar aufgegeben vor einer Minute, glaube ich. Also es müsste eigentlich noch zählen. Ja. Über zwei Minuten. Heißt, wenn wir jetzt nochmal die zum Aufgeben bringen, gibt es eine dritte Runde hinten dran, Leute. Das ist natürlich spannend. Einmal gegen die Wand kloppen. Nice one. Der war super gekloppt gegen die Wand. Richtig nice. So habe ich mir nie gewünscht. Ja. Der war richtig nice. Oh, da waren sie beide ausgespielt. Ja. Ein bisschen sad von denen jetzt auch. So, ich fahre hinten dann auf links und dann machen wir ja nochmal das... Oh nee, er macht einen schnellen Anschluss. Aber ich auch. Wow. Ich bin im Tor hinten noch. Ah, schade. Oh, oh. Hä? Hast du? Ja, aber nicht nochmal. Pass auf. Okay. Oh. Boah, hast du noch. Aber also... Ah, alles. Ah, da hat sich keiner weggeschaut. Boah, thanks, great pass. Wollen die mich jetzt verarschen oder so? Ja. Was soll ich denn tun? Also, Junge. Okay, pass mal auf. Junge, pass mal auf. Wir machen das. Wir machen das. Musst du zurück. Okay. Und den hab ich. Aber gefährlich. Nice one. Ich komm nicht hin. Da ist aber kein Bus mehr. Ah, ich geh erst mit kurz weg. Okay, dann geh du hin. Oh, schade, pass mal. Oh, der kommt gut. Oh, schade. Ja, ja, ja. Alles noch. Ja. Nein. Oh. Hab ich. Oh Gott. Aber ganz, 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 ganz schlecht. Oh nein, ich hab einen weggerammt ein bisschen. Alles gut, ich bin da. Ich bin wieder im Zorn. Okay, hab ich ihn noch mal durchgelegt. Oh, der war ganz, ganz bad von mir. Den kannst du nochmal spielen. Nö, aber ich hab den Typen weggerammt. Ja, der kommt. Ah, der hat er leider. Ja. Der kommt weg. Kann ich, kann ich, ja. Okay, ich bin Mitte. Yo. Oh nein, pass auf. Oh, der ist drin. Ich hab keinen Fuß. Ah, nice. Kade. Uff. Miss, bisschen verfehlt. Uff, tata. Den ganzen Boost für diese Fluganlage da aus. Die müssen noch vorbeigeschippert, ey. Okay, auf rechts. Okay. Vorne irgendwie. Ah, schwierig. Ah, der ist noch heiß. Warte, pass auf. Ah, ich bin im Zorn. Ah, kriegst du aber. Jetzt erstört mich gleich, natürlich. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Da muss er halt, das ist halt schwierig. Da, ich kann halt alleine gegen die beiden nichts machen, wenn der eine natürlich anfängt zu zerstören. Äh, da muss ich irgendwann springen. Und dann ist halt, wenn genau das passiert, dass er den Ball spielen kann, wenn ich hochspringen muss, hab ich halt gar keine Chance, außer vielleicht mit einem Haltflip über den Gegner drüber. Aber noch ist alles heiß. Oh, oh, obwohl. Hab ich, alles gut. Freie Bahn, freie Bahn. Ja, ich weiß. Alles gut. Äh, ich wollte es nur sagen. Sogar ohne, ohne einen Boost auszugeben. So einfach gechillt. Ich hab alles gesehen. Einfach blickt so. Einfach dreifach frei Bahn. Guck mal, ob ich den reinschiebe so. Hunderterhalb Boost, aber ich nehm einfach gar keinen davon. Okay. Oh, der ist gut. Ja, dann. Oh Mann, hätte ich das gewusst. Hast du den gleich? Ich hoffe. Aber der ist drüber, er ist gut. Ah, nein, der ist nicht drüber. Oh Gott. So, alles gut. Einer? Nee, hat keinen Boost. Bisschen? Jetzt hab ich ihn. Okay, nice, Mann. Ich will ihn zwar. Aber der kommt nochmal. Jo. Ja, und wie. Also. Wow. Wow. Dann am besten wirklich gar nicht den Scheißball berühren, ne? Dann macht man auch, dann ist es, ah. Ja, kannst du ja nicht wissen. Nee, ich weiß. Aber es ist so lächerlich einfach. Ah, kommt er dran, Leiner. Ich bin hinten. Wow. Leiner? Hab ich. Leiner? Schade. 3 zu 4. Wir kommen wieder zurück, Leute. Wir geben uns nicht geschlagen. Auf links jetzt. Ich hab nach links, halt. Ich dachte, der macht ihn irgendwie nach zur Seite, weil er so komisch angefahren war. Ich hab ihn. Nach vorher nicht. Ja. Ah Mist. Jetzt kommt er wieder zerstören, natürlich. Jaja, ich hab auch, alles gut. Genau. Was? Du willst ja da noch gleich, oder ich kann da ran, oder wer geht da ran? Alles gut. Ja, ok. Jajajajaja. Ja, 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 ja. Nein, 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 nein. Schade. Ah, das war knapp. Berührt, ey. Röhnt aber. Weg. Nein. Weg. Jetzt ja. Eieieiei. Hab ihn gerammt, aber auch nicht mehr. Hab keinen Boost am Start. Du musst alles aber machen gerade, wirklich alles. Ja, wir müssen gerade auch ein bisschen mehr attackieren nach vorne und so. Ja. Come on, come on noch mal, noch mal, noch mal, noch mal. Okay, ne, schön, ah, schön, ah, nein, jetzt brauchen wir noch ein Tor, aber schon mal den Ausgleich. Immerhin, das war mir auch wichtig jetzt, das war mir richtig wichtig, auf rechts, auf rechts bitte. Okay, okay, okay. Hab ich? Ah, schade. Geht drauf, er kommt, oh, alles noch gut, hab ich noch mal, mhm, ah, sorry, alles gut, hab ich nach vorne. Jetzt, bitte, bitte, hochhalten, ah, nein, das ist doch mies, oder, das ist mal abkostet. Ja, ich hab's ja versucht. Ich hab grad geschrieben wie ein Mädchen gerade, ey, das ist ja … Was? Ich hab grad geschrieben wie ein Mädchen. Ich auch. Warte, ist noch heiß? Gerade. Mal weg hier. Schön. Hab ich, alles gut. Ich bin in zwei. Na, pass auf. Wenn er nicht blöd hätte wäre ich Outfit gewesen, deswegen wusste ich gerade nicht ganz genau. Alles gut. Wichtig. Ich kann bloß mehr. Gut, dass du ihn zerstört hast. Ja, hast du nochmal? Ne, sorry. Ich war kack. Ne, pass auf der eine muss am besten drauf fangen. Ah ja, ich weiß. Ah, gefährlich. Schönes Ding. Ja. Hab ich, hab ich, hab ich. Schön. Ah, ich müsste den. Ja. Oh Mann, ja. Weißt du doch vorher nicht. Hab ich. Der störe ihn nicht. Ne, kann ich nichts machen. Ja, der ist oben. Eieieiei. Muss doch langsam alleine gehen. Geh du drauf. Ja, pass auf. Der ist mies, der ist mies. Ich hab einen weggeräumt. Ich geh. Okay, du kannst ihn reinmachen. Ja, ich weiß. Ach, schönes Match ey. Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Dankeschön fürs Zusehen. So müssen Runden sein. Genau so. Nächstes Mal sehen wir uns gerne wieder. Und ähm. Bis dann. Aktuell bin ich da hier mit 3. Liga 3. Ich lasse euch gerne auch nochmal hier. Und äh. Dann sehen wir uns bald wieder, Leute. Und da rein. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüssi. Peace. Bis zum nächsten Mal.